Herzlich willkommen zu einem neuen Produkttest und Testbericht. Heute stelle ich euch den TOSIMA W 2 Fensterputzroboter vor, der mit einer beeindruckenden Saugkraft von 3800 für eine gründliche Reinigung sorgt. Bevor wir beginnen, möchte ich euch darauf hinweisen, dass ihr am Ende des Videos einige Produktbilder von zufriedenen Kunden sehen werdet. Den Link zum Produkt mit Rabatt und Kundenbewertungen findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Der TOSIMA W 2 Fensterputzroboter ist eine leistungsstarke und bequeme Lösung für alle, die das mühsame Fensterputzen automatisieren möchten. Seine starke Saugkraft sorgt dafür, dass er sicher auf glatten Oberflächen wie Fenstern, Spiegeln, Glastüren und sogar Fliesen haftet. Das bedeutet, ihr könnt euch zurücklehnen, während der Roboter die Arbeit übernimmt und gleichzeitig für eine streifenfreie und gleichmäßige Reinigung sorgt. Egal ob ihr große Fensterflächen oder schmale Glasabschnitte habt, der TOSIMA W 2 passt sich flexibel an und liefert dabei gleichbleibend hervorragende Ergebnisse. Ausgestattet mit einem intelligenten Navigationssystem erkennt der TOSIMA W 2 automatisch die Größe und Form der zu reinigenden Fläche. Er plant seine Reinigungsroute entsprechend, um sicherzustellen, dass jeder Bereich des Fensters effizient abgedeckt wird. Hindernisse wie Fensterrahmen oder Griffe werden erkannt und umgangen, sodass ihr euch keine Sorgen über eine mögliche Beschädigung machen müsst. Dank der integrierten Kantenerkennung bleibt der Roboter stets sicher auf der Glasfläche, ohne an den Rändern herunterzufallen. Was die Reinigungseffizienz betrifft, bietet der TOSIMA W 2 verschiedene Modi, die sich je nach Verschmutzungsgrad und Reinigungsanforderungen einstellen lassen. Er kann sowohl in vertikalen als auch in horizontalen Bahnen arbeiten, um jede Ecke gründlich zu säubern. Die Mikrofaserreinigungstücher, die mit dem Roboter geliefert werden, sind besonders schonend für das Glas und nehmen Schmutz und Ablagerungen mühelos auf. Sie sind waschbar und wiederverwendbar, was sowohl umweltfreundlich als auch praktisch ist. Ein besonders nützliches Feature des TOSIMA W 2 ist die eingebaute Notfallbatterie. Diese sorgt dafür, dass der Roboter auch bei einem unerwarteten Stromausfall sicher an der Fensterscheibe haften bleibt. Das gibt euch zusätzliche Sicherheit, vor allem wenn der Roboter in höheren Etagen oder an schwer zugänglichen Stellen im Einsatz ist. So könnt ihr den Roboter beruhigt einsetzen, ohne Angst haben zu müssen, dass er abstürzt. Der TOSIMA W 2 ist zudem äußerst benutzerfreundlich. Die Steuerung erfolgt über eine Fernbedienung, mit der ihr die verschiedenen Reinigungsmodi auswählen und den Roboter steuern könnt, ohne direkt eingreifen zu müssen. Diese praktische Funktion macht die Handhabung des Geräts kinderleicht, auch für diejenigen, die keine technischen Vorkenntnisse haben. Ein Knopfdruck genügt und der Roboter übernimmt die komplette Reinigung eurer Fenster. Nicht nur für Fenster ist der TOSIMA W 2 geeignet, dank seiner Vielseitigkeit könnt ihr ihn auch auf Glastüren, Spiegeln, Fliesen oder Duschkabinen verwenden. Dies macht ihn zu einem wertvollen Allrounder im Haushalt, der euch viel Zeit und Mühe erspart. Besonders in Haushalten mit vielen Glasflächen oder hohen Fenstern erweist er sich als unverzichtbarer Helfer. Was die Aufbewahrung angeht, so ist der TOSIMA W 2 kompakt und leicht. Ihr könnt ihn problemlos verstauen, wenn er nicht in Gebrauch ist, oder ihn einfach in verschiedene Räume mitnehmen, je nachdem, wo er gebraucht wird. Er lässt sich auch leicht transportieren, falls ihr ihn an mehreren Standorten verwenden möchtet. Zusammengefasst bietet der TOSIMA W 2 Fensterputzroboter eine innovative, zeitsparende und vor allem mühelose Lösung für die Reinigung eurer Fenster und anderen glatten Oberflächen. Mit seiner starken Saugkraft, der intelligenten Navigation und der einfachen Bedienung macht er das Fensterputzen zu einer stressfreien Angelegenheit. Egal, ob ihr ihn für den regelmäßigen Einsatz oder für die große Fensterreinigung nutzt, der TOSIMA W 2 liefert stets saubere und glänzende Ergebnisse. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.